Die Idee zu Sauerland Lodge ist so über viele Jahre gewachsen. Ich habe einen persönlichen Bezug zum Sauerland und da ist so dann der Wunsch auch geboren, hier vielleicht ein Refugium zu finden. Die Region hier im Sauerland ist sehr geprägt durch den Tourismus. Insofern lag das nahe, hier auch ein Ferienhausobjekt umzusetzen, was den Ansprüchen gerecht wird. Grundgedanke hinter der Architektur war im Grunde genommen, hier Gebäude zu schaffen, Ferienhäuser zu schaffen, die sich in die Umgebung einfügen. Nicht nur über die äußere Gestalt, sondern auch über den Nachhaltigkeitsaspekt. Das heißt, fossile Brennstoffe hier für die Heiztechnik zu verwenden, das lag für uns völlig fern und ist auch nicht mehr zeitgemäß. Wir haben uns ganz bewusst hier für eine Luftwärmepumpe entschieden. Die Anforderung an diesem Projekt bestand darin, sechs einzelne individuelle Ferienhäuser auszustatten mit Heizung, Warmwasser, Lüftung und da ist es natürlich so, dass man eine relativ hohe Belegungszahl hat unter Umständen und dass die einzelnen Häuser bis zu drei Badezimmern haben mit Duschen, Sauna und so weiter. In diesem Projekt setzen wir eine Stipel L-Tron-Wärmepumpe LWZ 5S Trend ein, in Kombination mit einem Warmwasserspeicher, 400 Liter, um eben den hohen Warmwasserbedarf abdecken zu können. Also wir rechnen hier mit Jahresarbeitszahlen von 4,6 bis 4,7. Wir haben auch hier ein Effizienzhaus 40 geplant. Wir haben hier sechs annähernd baugleiche Gebäude, die haben in der Regel so circa 125 Quadratmeter Wohnfläche. Für uns ist natürlich dann der Komfort und natürlich auch sehr wichtig, dass der Gast sich hier wohl fühlt. Deswegen haben wir uns bewusst auch für Fußbodenheizung hier entschieden. Zusammen mit der Lüftungsanlage haben wir einfach hier eine Wohnraumqualität, die die Gäste auch zu schätzen wissen. Bei diesem Projekt war besonderes herausfordernd der Platzbedarf. Wir haben uns für ein Kombigerät entschieden, weil es das optimale Platz-zu-Leistungsverhältnis bietet. Also ein kompaktes Gerät, wo auf kleiner Fläche sehr viele Funktionen abgebildet werden können. Der Vorteil der Hefebautenanlagen ist eine schnelle Installation, kompakte Bauweise und wenig Technik, die von außen zu sehen ist. Die Zusammenarbeit jetzt mit Stiebel Eltron ist im Grunde genommen über viele Jahre eigentlich gewachsen. Insofern war da einfach ein Vertrauen schon da zu der Marke Stiebel Eltron und sofern lag das nahe, hier sich auch ganz bewusst für diese Marke Stiebel Eltron zu entschauen. Es gibt natürlich immer wieder konkrete Projekte, die momentan auch laufen. Also wir werden in Zukunft noch weitere Ferienhäuser hier in der Region bauen. Gibt es ein konkretes Projekt, wo wir noch mal 15 Häuser in der Art noch mal umsetzen werden und auch da wird sicherlich Stiebel Eltron eine Rolle spielen.